Schauspielerin Zendaya befindet sich derzeit auf einer Werbetour für ihren neuesten Film Challengers – Rivalen, der am 25. April in den deutschen Kinos erscheint. Bei der Premiere in Paris am 6. April beeindruckte die US-Amerikanerin erneut mit ihrem stilbewussten Auftreten. Die 27-Jährige erschien in einem weißen Kleid, das ihre neuen blonden Haare perfekt zur Geltung brachte. Ihr Outfit bestand aus einem figurbetonten trägerlosen Oberteil und einem fließenden Rock mit einer eleganten Schleppe. Ein breiter, asymmetrischer Gürtel setzte dabei einen besonderen Akzent und betonte ihre Teile auf raffinierte Weise. Zendaya zieht auf dem roten Teppich immer wieder alle Blicke auf sich. Sie war der Hinkuke auf jeder Dune 2 – Premiere. In New York City zeigte sie sich in einem krimfarbenen Kleid mit auffälligem Cutout. Ihr silberner Roboter-Look in London war aber zweifelsohne einer ihrer extravagantesten Styles. In Mexiko-Stadt setzte die Schauspielerin auf einen futuristischen Zweiteiler, der den Blick auf ihren Bauch und ihre untere Brustpartie freigab. Bei einer weiteren Dune 2 – Premiere kam zudem ein goldener Zweiteiler aus Crop Top mit Schulterpolstern und Kragen sowie ausladendem Rock zum Einsatz. Wer ein derart gekonntes Händchen für Mode hat, darf natürlich auch auf der Fashion Week nicht fehlen. In Paris ließ sich Zendaya dieses Jahr gleich zweimal blicken. Einmal in diesem weinroten Off-Shoulder-Kleid und einmal in einem schwarzen Ensemble aus Rock, Rollkragenshirt mit Bommeln an den Ärmeln und abstehender XXL-Schleppe. Als sexy Spider-Girl ließ sich Zendaya zu der Filmpremiere von Spider-Man No Way Home blicken, indem ihr Freund Tom Holland die Hauptrolle spielte. Bei den Oscars im vergangenen Jahr legte Zendaya ebenfalls einen außergewöhnlichen Auftritt hin. Der silberne Rock mit Schleppe sorgte für eleganten Glamour, die Crop Blusé mit Kragen für leichten Büroscharme.